Musik In Gaspolzhofen fand der alljährliche Kirtag mit der Hausmesse der Firma Griechbaum statt. Bei traumhaften, frühsommerlichen Temperaturen wurden nach der Messe von Jung und Alt die Standeln beim Kirtag gestürmt. Bei der Schule waren die vielen Standeln aufgebaut und es gab allerlei zu erstehen und bestaunen. Traditionell sind beim Kirtag schon die Naschstandeln, aber auch Pflanzen, Kleidung in jeder Variation und für die Kleinen die vielen Spielsachen. Aber auch Handwerkliches wie geflochtene Körbe oder auch Taschen, Holzutensillen für die Küche oder auch kleine Mitbringsel konnte man erst stehen und bestaunen. Musik Nach dem Besuch des Kirtages Bei der Messe gibt es immer günstige Angebote rund um den Hausbau. Musik Auch einen Schnäppchenmarkt konnte man besuchen und günstige Sachen erstehen. Für die Kleinen gab es eine Hüpfburg, um keine Langeweile aufkommen zu lassen, während sich die Eltern Informationen rund ums Bauen holten. Das Personal stand mit Rat zur Seite und man konnte sich über die verschiedensten Richtungen Informationen einholen. Natürlich war auch für Speis und Trank bestens gesorgt. Vom Grillhänderl über Bratwürstel und Surbraten gab es auch Pommes für die Kleinen Gäste. Für die gute musikalische Unterhaltung sorgte die Grichbaummusi. Musik 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 Musik